Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag wird sich nicht mit Verfehlungen von US-Soldaten oder CIA-Mitgliedern in Afghanistan auseinandersetzen. Warum das nicht überrascht? Warum es gleichzeitig ein Skandal ist? Das erkläre ich euch in diesem Video. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin Feuerist und Videoaktivist und dies ist mein Videokanal. Die LTO, aber auch andere Medien berichten, dass der internationale Strafgerichtshof nunmehr bekannt gegeben hat, dass er keine Situationsermittlungen nach Artikel 15 Absatz 3 des Romstatuts zu mutmaßlichen Verbrechen in Afghanistan einleiten wird. Das Ganze war wenig überraschend gekommen, weil bereits vorher die Vereinigten Staaten der Chefermittlerin Fatou Ben Souda ein Einreisevisum in die Vereinigten Staaten entzogen hatten und damit effektiv entsprechende Ermittlungen verhindert hatten. Der internationale Strafgerichtshof ist von den Vereinigten Staaten auch explizit nicht für Verbrechen der eigenen Soldaten anerkannt. Und führt damit wenig überraschend natürlich dazu, dass nunmehr der entsprechende Strafgerichtshof, die Kammer am ISTGH, eben hier gesagt hat, wir werden die Ermittlungen nicht aufnehmen. Das ist natürlich traurig, weil damit das Hauptproblem Folter und Co. oder falsches Verhalten von Amerikanern nicht entsprechend angeprangert wird und damit natürlich auch wieder zu einer gewissen Unruhe vor Ort führen kann. Auf der anderen Seite sind es halt die bekannten Aspekte. Jetzt stellt sich halt für mich immer die Frage, die rein juristische Frage, nicht die politische. Kann es denn so sein, dass wir bei unserer unantastbaren Menschenwürde in Deutschland solcherlei Verhalten akzeptieren wollen, dürfen, müssen? Ich habe da so meine Probleme, ja, denn Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ja, oder eben Kriegsverbrechen sollten, das ist ja auch die Erkenntnis aus den Nürnberger Prozessen, deren letztlich konsequente Rechtsfortentwicklung ja der internationale Strafgerichtshof ist, alles in Luft aufgelöst. Wenn wir sagen, nur gegen bestimmte Leute gibt es diese Ermittlungen. Der, ja, weitere Problempunkt ist natürlich, dass die afghanischen Behörden unter dem finanziellen und sonstigen Druck nicht bereit sind, den Amerikanern da in den Rücken zu fallen. Aber auch das stellt sich für mich einfach die Frage und da kommen wir in einen politisch-juristischen Zwickurs. Ja, viele von euch sagen ja immer mal wieder, ich möchte nicht, dass Amerika sich als Weltpolizei aufspielt. Gleichzeitig aber, gerade wegen unserer Vergangenheit, stellt sich ja die Frage, brauchen wir nicht eine solche Weltpolizei auch gegen amerikanische Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Kann man sich raushalten? Darf man sich raushalten? Sagen wir vielleicht in Deutschland, wir sind neutral in Zukunft, wir wollen keine NATO mehr, wir wollen gar nichts mehr, wir schauen nur zu, wie Unrecht passiert? Oder müssen wir sagen, aufgrund unserer Geschichte, dass natürlich entsprechende Aspekte ermittelt werden müssen? Weil das Recht, das überörtliche, das überverfassungsrechtliche, allgemeine Recht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, eben auch für alle gilt. Und alle müssen sich daran halten. Oder machen wir von vorne herein, einer Siegerjustiz gleich, solche, ja, Unterschiede, wer sich woran zu halten hat? Eure Meinung interessiert mich unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen, über eine lebhafte Diskussion. Vergesst nicht, das Video zu teilen, zu liken und zu sharen. Und natürlich auch, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Danke, bis bald, Servus.